Oh, oh mein Gott. Leute, wir sind wieder drin. Es heißt, glaube ich, wieder Prank dir den Nachbarn. Wir sind einfach wieder im Spiel. Ihr habt euch unbedingt eine zweite Folge gewünscht und deswegen sind wir jetzt hier wieder im Regen. Oh Mann. Es gibt jetzt viele weitere Level, die wir irgendwie gewinnen müssen. Und so wie es aussieht, sind wir hier wieder an einer neuen Location angekommen. Schauen wir uns das genauer an. Wo geht's? Also ich glaube, Toni, das hier ist, glaube ich, das Haus vom Nachbarn. Irgendwie ist das ein anderes Level oder sowas, weil er jetzt irgendwie sein Haus gewechselt hat. Im ersten Haus will er anscheinend nicht mehr wohnen. Deswegen wohnt er jetzt hier drin. Ey, lass uns mal schnell reingehen. Es regt in übelst krass. Oh, oh, aber du musst aufpassen. Ich glaube, er schläft sogar genau da drin. Oh, was? Hast du ihn schon gesehen? Ich glaube schon. Ich glaube, was wir jetzt noch machen müssen, ist eigentlich nur noch unsere Aufgabe checken. Störe den Schlaf des Nachbarn. Verstecke fünf Wecker in seinem Zimmer, die nacheinander laut läuten. Also, so wie es aussieht, müssen wir ja anscheinend... Oh, warte mal, ich habe hier einen Rucksack an. Was mit den Weckern machen? Die da drin? Oh, oh, oh. Nein! No way! Halt mal den. Das ist also damit gemeint, okay, ich glaube, wir müssen dem Nachbarn, weil er nämlich genau da gerade schläft, müssen wir dem Nachbarn also wahrscheinlich so viele Wecker stellen, dass alle gleichzeitig losgehen und ihn alle gleichzeitig auch wahrscheinlich irgendwie wecken. Wir sollten sie verstecken, dass er sie nicht findet. Okay, lass machen. Okay, dann gehen wir einfach leise rein und gucken, dass er uns nicht hört. Ich sei ganz leise, dass du es mal weiter nicht so begeistert von uns. Das Ding ist zu. Hey! Durchs Fenster! Das Fenster ist offen. Wir gehen durchs Fenster los. Okay, ab durchs Fenster. Okay, das geht's. Also, wir müssen jetzt hier ganz vorsichtig nur reingehen. So. Alter, was für mich denn das gemacht hat? Ich gehe jetzt rein. Okay. Okay. Sei ganz vorsichtig. Er ist ein, dein. Platz hier. Okay. Okay, ich stelle ihn ein. Ja, ich stelle ihn. Oh nein. Was? Oh! Komm ab, Alter! Du bist ab, Alter! Ja! Okay. Okay. Diesmal müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Wir dürfen nicht einfach so die Wecker stellen. Das muss anders funktionieren. Ich dachte, du weißt, wie der losgeht, Mann. Ich habe noch nie einen Wecker gestellt. Ich habe immer mein Handy bisher benutzt, deswegen keine Ahnung. Er kriegt den Großen auf seinen Bauch. Er kriegt nix, Mattlott. Das ist hier der nächste. Auf den Schrank. Okay. Okay. Aua. In. Hinters Sofa. Was denn in den Ofen reinmachen? Okay, okay. Okay, das waren jetzt alle. Und wir ziehen jetzt Leine. Alle Wecker sind gestellt, schon im Vorhinein. Und die sollten jetzt eigentlich alle genau um zwölf losgehen. Aude, ab. Ich würde mal sagen, das war ein erfolgreicher Prank. Der Nachbar ist jetzt auf jeden Fall erstmal beschäftigt, alle seine Wecker auszumachen. Und der kann uns sowieso gerade nicht hören. Deswegen können wir euch nochmal kurz sagen, es gibt neue Aerozul Halloween Shop Designs im Shop. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich trage hier gerade den Aerozul Schleimpullover. Und ich den Doktor Auge Halloween. Und nicht vergessen Leute, es gibt übrigens auch gerade eine Aktion, dass ihr auch ein Armband kostenlos gewinnen könnt. Dafür müsst ihr einfach nur im Shop oben rechts auf das kleine Geschenk drücken. Und dann könnt ihr tatsächlich ein Armband gewinnen. Das Ganze ist alles unter shop.aerozul.de. Und das allerbeste daran ist, es gibt jetzt gerade auch nochmal was Neues. Und zwar... Es gibt auch gerade das Aerozul Comic Adventure einfach in jeder Buchhandlung. Da könnt ihr vorbeisehen, da geht es um Minecraft. Und das ist ein komplett durchanimiertes Comic Buch. Ist aber auch laut. Okay. Ach, es ist kaum lausend. Und dieses Buch gibt es tatsächlich auch im Buchhandel. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeisehen. Das sind 96 Seiten komplett durchanimierte Minecraft-Figuren von Aerozul und seinen Freunden. Da könnt ihr auf jeden Fall mal in jeder Buchhandlung vorbeisehen. Da findet ihr auch dieses. Okay. Und ich glaube, jetzt müssen wir losgehen Leute. Ich glaube, der Nachbar hat gerade... Oh, er ist wieder schlafen gegangen. Auf zum nächsten Franken. Los geht's. Nächstes Level. Und wir haben mal wieder Namensschilder. Du siehst so formell aus. Du siehst so formell aus. Okay. Aber so wie es aussieht, müssen wir jetzt irgendwie einen Job oder sowas machen. Kann das sein? Wir haben wieder Klemmbretter und wir sehen so professionell damit aus. Okay, mal schauen, was unsere Aufgabe ist. Schleicht euch als Internet-Mitarbeiter in das Haus des Nachbarn und manipuliert das Internet. Spielt eine Alarmübung mit Stimme über die Lautsprecher ab. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Das bedeutet also, dass wir dann, währenddessen wir dann weggehen, können wir dann theoretischerweise alles abspielen, was wir wollen. Und ich glaube, mir fallen da schon ein paar Sachen ein. Komm, lass direkt klingeln. 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 Hallo, hi. Dürfen Sie hier bitte eintreten? Aha. Ja, ja. Uiuiui. Ist das ein schlimmes Wetter da draußen? Wir sind vom Internetanbieter Ihres Vertrauens und hier, um Ihre Highspeed-Datenleitung zu kontrollieren. Weil jeder Mensch braucht nämlich ein gutes Internet und dafür haben wir hier diese Highspeed-WLAN-Turbodosen. Die kann man installieren, ist kostenlos und damit kriegt man tatsächlich eine Gigabit-Anbindung. Und jeder hat die mittlerweile. Alle ihre Nachbarn haben die schon, nur sie noch nicht. Deshalb sind wir gekommen, um es zu installieren, wir müssten nur mal eben in ihr Wohnzimmer gehen. Genau, und am besten bräuchten wir auch hier, oh, 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 bräuchten wir auf jeden Fall auch hier nochmal unten eine Unterschrift. Dann hätten wir da quasi eigentlich schon alles geklärt. Jawohl, alles klar. Perfekt. Vielen Dank, wir leben da mal los, ne? Alles klar. Das bräuchte ich, das bräuchte ich wieder. Aber troppeln, ah, das ist doch was, sehr, sehr nett. Wo, da oben? Okay, da oben installieren wir das Internet. Wir mal hoch. Okay, den sind wir schon mal los. Alter, das hat richtig gut funktioniert. Ich habe sogar seine Unterschrift hier. Dadadada. Ich habe mir jetzt eine Waschmaschine verkaufen, Leute. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat einfach so einen Vertrag unterschrieben, wo einfach gar nichts draufsteht. Das ist nicht so schlau, aber wir müssen jetzt diese Boxen hier verstecken, sodass er sie nicht finden kann. Weil auf diesen Boxen müssen wir dann später abspielen, Alarmübungen, um den Nachbar so ein bisschen zu pranken, dass er nicht so ganz richtig weiß, was mit ihm geschieht. Deswegen brauchen wir gute Plätze, dass er sie nicht finden kann. Nee, da ist mit der Lampe hinter irgendeinem. Ah, stimmt. Glaubst du, da einfach so reinlegen? Oh, da ist sogar wirklich so ein Gitter, da kann man das reinlegen. Schau mal. Okay, leg rein, leg rein. Perfekt. Das wird der niemals finden. Also, und dann müssen wir jetzt nur noch woanders eine Lampe verstecken. Wir müssen so Stereo machen, das von überall. Wir werden hier eine Hi-Fi-Surround-Sound-Anlage installieren. Guck mal, Leute, wir können es hier einfach reinmachen in diese komische Box mit ganz, ganz vielen unnötigen Papieren. So, perfekt. Genau, und da liegt da was drauf. Alter, richtig nice. Hast du schon das Internet installiert, Roman? Ja, hier, Box 1 ist Check und Box 2 ist Check. So, damit ist die Arbeit getan. Ist auch unterschrieben. Und dann können wir eigentlich jetzt schon wieder gehen. Alles klar. Wir müssen, glaube ich, na doch, ich habe schon eine Idee, wie wir das verwenden können. Okay, jetzt geht's. Oh, oh, oh. Oh, hallo. Oh. Also, wir haben alles hier installiert, das zur WLAN steht. Sie haben Top-Internet-Verbillen. Genau, Box 1 ist installiert, Box 2 installiert. Ihre Unterschrift, ne? Ähm, ah, und ich brauche auch noch eine zweite Unterschrift natürlich, damit Sie das hier auch bestätigen können. Jawohl, klar, gar kein Problem. Ah, da haben Sie gerade gekocht. Also, ähm, ist auf jeden Fall alles installiert. Sie haben ja wirklich Glück gehabt, weil in letzter Zeit, puh, diese ganzen Erdbeben und diese ganzen Tsunamis und Drohungen und sowas, das sollte man nicht so auf die lockere Schulter nehmen, ne? Also. Ohne Internet kriegt man ja die ganzen Alarmwarnungen nicht mit. Deshalb ist es sehr, sehr gut, dass Sie jetzt schnelles Internet haben, um immer informiert zu bleiben. Genau, also die Informationen sind jetzt auf jeden Fall top aktuell. Und falls irgendwas passieren sollte, wünsche ich Ihnen viel Glück. Kriegen Sie hin, ne? Kriegen Sie hin. Also, wir gehen dann mal. Alles klar. Ade, viel Spaß mit Ihrem neuen Internet. Und bleiben Sie sicher, okay? Achtung, Achtung, Achtung. Es ist soweit. Oh nein, Sie haben das neueste Internet installiert. Damit bekommen Sie die neuesten Nachrichten. Passen Sie auf. Checken Sie, ob Sie noch ein T-Shirt anhaben. Okay, haben Sie noch Ihren Hut an? Okay, dann ist ja auch alles gut. Aber jetzt müssen Sie aufpassen. Wenn es kommt ein Tornado, ein riesiger Tornado. Sie müssen sofort, sofort. Und hier geht die Schau. Nein, nein, sondern durch ist es nicht sicher. Sie müssen unter das Bett, direkt. Aber abhürfen Sie darauf. Es kommen Volkano-Gesteinsbrocken auf die Zone in den nächsten fünf Sekunden. Sie müssen röhnen. Oh, ich glaube, es ist nirgendwo nicht sicher. Sie müssen raus. Geht raus. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Entspannen Sie sich. Komm, alles gut. Alles gut. Setzen Sie sich doch mal aufs Sofa. Genau, setzen Sie sich erst mal aufs Sofa. Nicht so eilig. Es hat alles Zeit. Und nicht so ernst leben, das Leben. Einmal tief einatmen. Ausatmen. Okay, okay, also warte, kommt hier. Sie müssen direkt ausstehen und los rein. Los, die Kontrolle, die Tornado machen. Kommt, Sie müssen den Bein steigen. Wir sind raus, wir sind raus, wir sind raus, wir sind raus, wir stehen stehen. Oh Gott, Alter, war das laut. Okay. Mama, der ist rausgefährt. Ich würde mal sagen, der gute alte Telekom-Trick hat mal wieder funktioniert und der Nachbar ist mal wieder erfolgreich geprankt. Also, das war auf jeden Fall ein erfolgreiches Level und es geht ab ins nächste Level. Oh Gott, wir sind ja direkt jetzt im Haus gelandet, Mann. Es ist ganz schön groß hier. Das ist wirklich ein richtig großes Haus. Ersetze das Essen des Nachbarn durch eklige Dinge. Oh, ich glaube, der guckt gerade Fernsehen. Wir müssen vielleicht erst die Tür zumachen. Nicht, dass der uns erwischt. Weißt du, ich meine? Okay. Alter, der schaut Spongebob. Der schaut echt Spongebob. Okay, alles klar. Ich habe schon die Oreos gefunden. Ah, okay. Also, ah, das sind die Snacks, die der Nachbar hier gerne essen möchte. Dann gucken wir mal, ob wir die vielleicht ein bisschen verändern können. Also, wir haben Wasser. Oh Mann, ich habe Zahnpasta in meiner Tasche. Ah, okay. Oh, warte. Ich habe Senf in meiner Tasche und Sojasauce. Ah, okay. Das sind natürlich Tipps. Okay, fangen wir erst mal mit der Zahnpasta an. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass wir für Oreos ganz gut die Zahnpasta verwenden können, oder? Weiße ist nämlich immer am leckersten an den Oreos, aber bei diesen Oreos nicht läuft. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Hey, Mann, Toni isst wieder das ganze Zeug auf. Okay, die Idee dahinter ist, dass wir hier auf jeden Fall den Oreo aufmachen. Und dann das weiße, was ist das eigentlich, das weiße Schokolade eigentlich, dass wir die hier so ein bisschen abmachen. Ich könnte dir nicht sagen, was da drin ist, gell? Das könnte alles Mögliche sein. Okay, so und jetzt müssen wir eigentlich nur noch, boah, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das wirklich nicht erkennen wird, aber das ist blaue Zahlpasta, die wir da haben. Aber ich hoffe mal, dass er es nicht checken wird. Hör mal hier, die blaue Reiter. Ja, es passt trotzdem voll. Das sieht aus wie so eine Special Edition. Okay, wollen wir das vielleicht so machen, dass du gleich noch einen Oreo machst, damit es zwei sind, dann sieht das nicht so, naja, komisch aus. Und ich würde mich noch mal an eine andere Sache ran machen. Wir haben nämlich hier eine Cola. Und ich glaube, ich weiß, was wir machen können. Wir können die Cola, uh, einmal. Mmh, kurz probieren. Wir schütten die gesamte Cola erstmal weg und sorgen dafür, dass wir erstmal nur die leere Flasche haben. Damit haben wir keinen einzigen Tropfen Cola mehr drin. Wechseln, das ist aber gegen was viel Besseres aus. Okay, Keks Nummer 2 ist her, Till. So, lecker. Oh, das sieht richtig gut aus. Okay. Ich glaube, da kam gerade eine lustige Szene bei so einem Schwamm. Alright. Jetzt, Toni, jetzt müssen wir überlegen, ob das... Oh mein Gott, was? Das sieht so gut aus. Das sieht so genial aus. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen Sojasauce reinmachen. Oh Gott. Ist noch nicht dunkel genug. Leute, habt ihr gewinnt, jetzt abtrinken wollte, aber dann doch nicht. Okay. Ich habe jetzt ein bisschen was nachgeschüttet und umgeschüttet. Hä, es sieht so echt aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, Leute. Oh mein Gott, das sieht wirklich aus wie eine echte Cola. Okay, aber wir haben hier noch diese Überraschungseier. Roman, fällt dir da was zu ein? Naja, also die Idee, die wir eigentlich hatten, ist, dass wir die Ü-Eier schon mal ganz vorsichtig aufmachen, dass da quasi so die Folie dran bleibt. So. Und dann mit dem Ei zusammen. Dann würde wahrscheinlich der Nachbar sich extrem freuen, wenn er sein Spielzeug bekommen würde. Aber dieses Spielzeug nehmen wir erstmal raus und machen da dann einfach richtig wie einen Senf rein. Warte, ich schieße mal rein. Oh mein Gott. Das ist ja eine richtige Granate. Okay, und damit haben wir dann ein kleines Kinderüberraschungsei, was wirklich eine richtige Überraschung ist. Dann würde ich sagen, wir präsentieren dem Nachbarn jetzt hier einfach seine Sachen, geben ihm da ein kleines Buffet und gucken mal, ob er da drauf anspringt. Wir können gehen. Das geht's. Das geht's. Oh mein Gott, der steht da, oder er sitzt da auf dem Balkon, man. Oh mein, das Wetter ist voll schlecht. Das Wetter ist wirklich richtig schlecht und er hat irgendwie auch seine Schuhe gar nicht angezogen. Hören wir uns jetzt erstmal unsere Aufgabe an. Klebe Gegenstände des Nachbarn mit Sekundenkleber fest. Sekundenkleber. Okay, ich glaube, damit kann man sehr schnell seine Finger zusammenkleben, wenn man da irgendwie ein bisschen was falsch macht. Deswegen sollten wir behutsam damit vorgehen. Also, was wir machen können, ist eigentlich seine Kackeschuhe festkleben. Wollen wir es machen? Okay, aber wir müssen voll vorsichtig sein, weil er ist nämlich direkt da. Also müssen wir leise sein. Wenn der sich umdreht, dann haben wir einfach verloren. Klebrigste Substanz der Welt, Leute. Sekundenkleber. Ja genau, so dass er, wenn er so herkommt, dass er die dann so anzieht, oder? Oh mein Gott. Alter Toni, ich sag's dir. Das wird, glaube ich, krass. Okay, jetzt schnell. Alter. Okay, Roman, ich will's unbedingt mal testen jetzt. Okay, aber sei, mach das schnell, nicht... Nein, niemals! Stamm, ich bin weg. Aber das ist... Das ist... Oh! 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 Oh nein, nein, nein! Ich komm nicht weg! Oh mein Gott. Oh Mann, ich komm einfach nicht wegrennen, Leute. Also jetzt testen wir hier gar nichts mehr. Alter, du bist komplett hingefallen. Die Schuhe sind auf jeden Fall fest. Check. Die sind so fest, da wird nichts gehen. Jetzt haben wir noch die Tasse. Oh. Was können wir machen bei der Kaffeetasse? Ähm... Wir könnten die Tasse am Tisch festkleben. Okay, dann machen wir erst mal das. Sekundenkleber ist so witzend. So. Und dann haben wir jetzt hier noch den Löffel. Wollen wir noch den Löffel dran machen? Warte, ich muss den Löffel dran treffen. Okay. Jetzt haben wir wirklich alles von unserem Sekundenkleber aufgebraucht. Bis auf zwei Tropfen. Aber dazu komm ich gleich nochmal. Aber... Aber? Schau dir das an. Ich glaube, das wird ihm nicht so sehr gefallen. Perfekt. Was können wir noch für das kleben? Finale Idee von mir. Pass auf. Du musst jetzt ganz leise sein, okay? Pass auf, man. Er wischt uns gleich wieder. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Als ob du den Nachbarn für das geklebt hast. Bist du bereit? Okay. Drei. Zwei. Eins. Zwei. 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 Da gab's mir jetzt... Nein. Danke schön. Oh Mann, ich weiß, es musste irgendwann zu diesem Punkt kommen. Ah. Aber was ist eigentlich unsere Aufgabe? Keine Ahnung. Okay, also müssen wir. Ja gut, ziehen wir's durch. Okay? Ab geht's! Ah, wir haben da ein paar Sachen drin. Wir gehen aber ins Badezimmer. Machen wir uns schreien lassen. guten tag wir haben gehört dass es so verdreckig ist bei ihnen und das hat ein bisschen zu putzen genau lassen wir uns doch mal kurz reinkommen das ist ja hier das ist das ist doch schwarzschimmel das zieht hier wirklich danach aus als ob hier jemand eine reinigung service braucht ja geben sie uns das mal genau wir kümmern uns drum genau wir fangen direkt beim badezimmer an ja alles klar machen sie sich keine sorgen wir legen direkt los ja und ich würde sagen damit wir unseren ersten prank als erstes gut durchziehen können fangen wir erstmal klein an und zwar heiß mit kalt vertauschen perfekt das sieht zwar ein bisschen billig aus aber ich denke das wird schon passen weiter geht's nächster prank also der nächste prank ist vielleicht ein bisschen eklig aber wir müssen unbedingt mal ausprobieren wir brauchen dafür unsere frischhaltefolie und wir müssen ein bisschen runter zu dieser toilette einfach darüber sparen oder was naja guck das ist so sauber und wir würden jetzt hier frischhaltefolie wieder da rein machen hier mit toilette so drüber und dann haben wir hier die toilette und spannen da quasi komplett drüber und hier einfach nur ein bisschen frischhaltefolie hin wir müssen das noch ein bisschen entspannen so drauf machen tada also man sieht es wirklich fast gar nicht das heißt also ein weiterer prank der gut funktionieren kann weißt du was wir hier noch haben für eine slippery angelegenheit das wird auf jeden fall auch interessant aber bevor wir das mit der seife machen müssen wir noch was anderes vor vorbereiten oder wobei doch wir nehmen einfach mal wasser hier so wir haben hier dann wasser drin und können dann hier haben wir eigentlich alle pranks jetzt fertig gemacht und wir verteilen jetzt zum schluss hier noch ein bisschen seife das mache ich darauf rutscht er dann aus und das was wir zum kompletten schluss machen wird das beste kommt mit also du verteilt sie kurz die seife so lang okay alles kann toni verteilt so lange die seife und ich zeige euch den letzten frank okay leute also ich habe jetzt diese seife und wir verteilen die einfach überall auf dem boden und dann wird sowas von aus schluss machen alles klar damit hätten wir jetzt auch die seife gelegt und jetzt müssen wir natürlich noch das gerade finale machen und zwar wir werden nämlich jetzt hier diesen wassereimer nehmen nehmen und dann hier die tür so ein bisschen anwinkeln und dann den eimer hier so oben drauf platzieren circa so damit ist jetzt das gute alte badezimmer ganz entspannt und sobald er die tür ein bisschen bewegt rollt ihm sofort der eimer über den kopf und er ist komplett nass deswegen würde ich sagen für uns ist jetzt erstmal schluss und wir lassen jetzt erstmal den nachbarn kommen ja okay das ist das ende des videos und nicht vergessen leute auf jeden fall im shop vorbeisehen für die besten t-shirts und auch pullover und natürlich nicht zu vergessen dass er so kam ich ja besuche in jedem buchladen einfach mal rein sehen und mal vorbeigucken oder wie auch immer oh mein gott wir müssen schnell weg hier leute ich glaube das war's tschau tschau